Steht die Harry Potter Serie auf der Kippe? Vor kurzem machte eine News die Runde, die Harry Potter Fans in Angst und Bange versetzte. Also eigentlich nur J.K. Rowling, denn sie wurde angezeigt. J.K. Rowling wurde angezeigt von India Willoughby, eine Transfrau, mit der sich J.K. Rowling öfters scheinbar auf Twitter streitet. Und diese hat J.K. Rowling jetzt angezeigt, da J.K. Rowling sie in diesen Gesprächen öfters als Mann bezeichnet hat. Und India Willoughby hat jahrelang dafür gekämpft, dass sie gesetzlich gesehen als Frau akzeptiert wird. Und jetzt macht J.K. Rowling einfach, was sie will und bezeichnet sie regelmäßig als Mann, obwohl sie schon darauf hingewiesen wurde, dass das eben falsch ist. Dafür wurde J.K. Rowling jetzt wie gesagt angezeigt. Jetzt stellt sich die Frage, wie geht Warner Brothers damit um? Verstoßen sie J.K. Rowling aus ihren Reihen und vergessen das ganze Harry Potter Franchise, weil es mit einer Frau in Berührung steht, die eben Transmenschen hasst? Ich sag mal nein. Sicher ist es noch ungewiss, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Es kann ja auch sein, dass J.K. Rowling einfach von der Produktion der Serie ausgeschlossen wird. Wäre vielen Fans wahrscheinlich ganz lieb, denn der Aufruf bei Hogwarts Legacy war schon enorm und da hatte J.K. Rowling ja nun gar nichts mit zu tun. Dass die Harry Potter Serie allerdings deswegen jetzt abgesagt wird und gecancelt wird, das sind natürlich nur Schlagzeilen, die auch ich hier gerade benutzt habe, um mehr Klicks zu generieren. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass Warner Brothers sich davon aufhalten lassen wird, die Harry Potter Coup weiter zu melken. Also, 2026 wird die Serie höchstwahrscheinlich starten. Vielleicht verzögert es sich durch diese ganze J.K. Fliegt aus der Produktionssache raus, wenn sie überhaupt rausfliegt, was eben noch gar nicht gewiss ist und auch relativ unwahrscheinlich ist. Dies nur als kleines Update. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, woher ich weiß, dass die Serie 2026 kommen soll, dann klickt auf dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.